2-0 Heimsieg Deine Meinung zum Spiel? Ja, das Spiel ist für uns gelaufen. Am Anfang war es ein schwerer Beginn. Wir sind hinten gut gestanden, kompakt. Zum Glück sind wir in die Führung von der Halbsite gegangen. Das war ganz wichtig. Und meiner Meinung nach war es der Knackpunkt. In der zweiten Halbsite haben wir das gescheit gemacht. Wir haben auf Konter gespielt. Wir sind hinten sicher gestanden. Mit Glück haben wir das 2-0 verdient. Und einen verdienten Heimsieg wäre ich meine. Jetzt schauen wir weiter.